Dieses merkwürdige Buch, das aus grauer Vorzeit zu stammen scheint, hat sich durch allen Wechsel der Zeiten durchgerettet. Und die reifste Lebensweisheit von drei Jahrtausenden hat sich allmählich um seinen Text herum als Kommentar und Deutung angesiedelt. Ein heiliges Buch, da es alle Urbilder eines reichen, schöpferischen Lebens enthält. Richard Wilhelm kam als junger Missionar nach China. Dennoch taufte er keinen einzigen Chinesen. 20 Jahre lang arbeitete er im chinesischen Jingdao, deutsches Pachtgebiet bis zum Ersten Weltkrieg. Ich muss nun sozusagen aus dem fernen China in das ganz reale Europa hinein. Richard Wilhelm war mein Großvater. Er starb über 20 Jahre vor meiner Geburt. In meinem Elternhaus standen seine Bücher. Weit hinaus wollte ich. Ins Leben hinaus. Fort aus der Enge, wo alles so fest und gewöhnlich war. Und ich begann mich zu wundern über diesen Planeten, den wir Erde nennen. Und die großen Rätselfragen des Daseins. Warum das alles so ist? Und die große Rätselfragen des Daseins.